Hallo an den TV-Empfangsgeräten, herzlich willkommen bei der Verlosung vom Feuerwehrmark 10 Brennpunkt. Wir verlosen heute wie dem Gewinnspiel zufolge die 16 Spiele und wir wollen euch nicht lange auf die Folter spannen und wir beginnen gleich mit der spektakulärsten Ziehung. Unsere Glücksfee reicht uns gerade den Feuerwehrhelm mit den ersten 66 Zahlen ins Bild und wir wirbeln da mal unter notarieller Aufsicht, selbstverständlich, und schauen mal, den ersten Gewinner ist die Nummer 3. Ja, dann ziehen wir gleich weiter und wir setzen mit einer spektakulären Ziehung fort. Naja, ist vielleicht doch nicht so spektakulär, ich glaube wir lassen uns etwas anderes einfallen. Nummer 38. Das ist eine richtige Ziehung, die dauert halt eine Menge. Haben wir was? Ja! Ja, ui! Daraus haben wir. Das ist die Nummer. Daraus ist die Nummer. 442. 42. 442. 442. 442. 442. 442. 442. Das war mal nix. Ah, shit! 61? Ja. 61. Da liegt mehr drauf. Ich würde sagen 36. Ja. Okay. Du bist auf dem gestanden. Ja, jetzt steh auf den. Hast du doch 13? Ja, bitte. Ja. Dreher dresg. Ja. 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 Portere zusammen Schlafen 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 ... ... ... so Was ist denn da für eine Frömmung bei dir? Was ist denn da für eine Frömmung? Jetzt wiegt Renan oben! Hau ihn drauf! 59 Ich hab's! Nummer? 31 1 1 1 Wie ihr gesehen habt, haben wir keine Mühe gescheut fair jeden Gewinner zu ermitteln. Kosten sind keine entstanden, es ist heute Sonntagnachmittag. Wir wünschen viel Spaß mit dem Spiel. Würden uns aber natürlich auch freuen, wenn ihr den Brennpunkt auch zum Lesen verwenden würdet oder eben ein Abo nehmt. Viel Spaß! Danke!